Die Personalsorgen bei Borussia Mönchengladbach haben eine unerwartet positive Seite. Junge Talente rücken ins Rampenlicht und beweisen, dass sie bereit sind, den Sprung in die Bundesliga zu wagen. Beim 3-1-Testspiel-Sieg gegen Preußen Münster, bei dem aufgrund von Verletzungen und Länderspielabstellungen viele Stammspieler fehlten, nutzte Trainer Gerardo Seohane die Gelegenheit, Nachwuchsspieler einzusetzen mit beeindruckenden Ergebnissen. Besonders stach Noah Pesch hervor. Der 19-Jährige, der in der Regionalliga West für die U23 bereits eine herausragende Saison spielt, bestätigte sein können auch bei den Profis. Elf Tore und sechs Vorlagen in 14 Spielen sind eine Bilanz, die nicht unbemerkt geblieben ist. Gegen Münster musste Pesch aufgrund der dünnen Personaldecke auf der für ihn ungewohnten Linksverteidigerposition aushelfen. Doch anstatt nur zu verteidigen, zeigte er eine bemerkenswerte Leistung, lief unermüdlich die Außenbahn entlang und krönte seinen Auftritt mit einem Kopfballtor aus der Mittelstürmerposition. Seohane lobte ihn anschließend für seine Vielseitigkeit und seine Qualität im Abschluss. Ein weiteres Talent, das gegen Münster glänzte, war Shio Fukuda. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der bisher nur selten in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam, nutzte die zweite Halbzeit, um mit starken Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Fukuda zeigte erneut, warum er als eines der vielversprechendsten Talente im Verein gilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich auch in der Bundesliga beweisen kann. Ebenfalls beeindruckend war der Auftritt von Yannick Michaelis, einem 18-jährigen Stürmer aus der U19. Mit seinem Tor zum 3 zu 1 zeigte er, dass er nicht nur in der A-Jugend-Bundesliga eine wichtige Rolle spielt, wo er in 51 Spielen 15 Tore und 10 Vorlagen erzielt hat, sondern auch das Potenzial hat, auf höherem Niveau zu bestehen. Seohane dürfte sich über die Tiefe und Qualität freuen, die diese jungen Spieler dem Kader hinzufügen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie die Perspektiven dieser Talente in der Bundesliga aussehen. Seohane betonte, wie wichtig es sei, dass die jungen Spieler Geduld haben und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Gleichzeitig lobte er den Weg des Vereins, auf die eigene Jugend zu setzen. Der Trainer machte jedoch deutlich, dass die Konkurrenz in der ersten Mannschaft groß ist. Viele Profis haben Jahre an Erfahrung voraus, was es den Nachwuchsspielern nicht immer leicht macht. Dennoch zeigte sich Seohane optimistisch. Wir sind froh, solche Spieler im Verein zu haben. Das ist der Weg von Borussia. Die Fans dürfen gespannt sein, wann Pesch, Fukuda und Michaelis ihre Chance in der Bundesliga erhalten. Mit solch talentierten Nachwuchsspielern könnte Gladbach nicht nur die aktuellen Personalsorgen überstehen, sondern langfristig von einer starken Generation profitieren. Was denkt ihr? Sollten Pesch, Fukuda und Michaelis schneller integriert werden? Oder ist Geduld der Schlüssel? Teilt eure Meinung in den Kommentaren.